hallo liebe leute willkommen bei nachtproduktion gaming heute das vierte video mit mario kart deluxe heute fahren ich und meine frauchen den special cup 100 kubik mit den strecken wolken straße knochentrockene düne bausers festung und regenbogenboulevard ihr könnt mir meine kommentaren schreiben welche strecken euch am besten gefallen das wird mich mal interessieren und wenn euch das video gefällt gerne ein daumen hoch und abonniert diesen kanal damit ja ja nichts verpasst und dann legen wir jetzt auch gleich jetzt schon los viel spaß beim zuschauen und bis bald auch Das war's für heute. 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 Ich habe jetzt eine gute Zeit. Das war's für heute. Tschüss. Tschüss. Tschüss.